Merab Ninitze ist ein georgischer Schauspieler. Er zog 1994 nach Österreich, lebt und arbeitet inzwischen in Wien und in Berlin. Leben Merab Ninitze stammt aus einer Theaterfamilie. Seine erste Bühnenrolle bekam er 1979 in einer Aufführung von Richard III. Von 1982 bis 1984 studierte er Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst und Film in Tiflis. 1984 erhielt er eine erste Kinorolle in Die Reue unter der Regie von Tengis Abulatze. Bis 1991 gehörte er zum Ensemble des staatlichen akademischen Theaters Schota Rust-Aveli in Tiflis, drehte sechs Filme in den staatlichen Filmstudios Grouchefilm. 1993 übernahm Ninitze in dem österreichischen Film Halbe Welt unter der Regie von Florian Flicka eine erste deutschsprachige Rolle. Seit 1994 lebte er in Wien. Bekannt wurde er in dem Oscar-prämierten Film Nirgendwo in Afrika von Caroline Link. Darin spielte er die Hauptrolle des Walter Riedlich, einen jüdischen Auswanderer, der während des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie in Kenia lebte und überlebte. Allerdings wurde er in dieser Rolle von Herbert Knaub synchronisiert. Seit 2002 übernimmt Ninitze regelmäßig Rollen in deutschen Fernsehproduktionen. Filmografie Kino 1984 Die Reue 1993 Halbe Welt 1994 Hasenjagd 1997 Jugofilm 1998 Susie Washington 1999 Luna Papa 2000 England 2001 Nirgendwo in Afrika 2004 Katholika 2004 Das Bernstein-Amulett 2004 Sterne leuchten auch am Tag 2005 Die Kirschenkönigin 2006 Himmel über Australien 2006 Nicht alle Warenmörder 2007 Mord in bester Gesellschaft 2007 Verenbo-Maker 2007 Der geheimnisvolle Schatz von Troja 2008 Papiersoldat 2010 Das Geheimnis in Siebenbürgen 2010 Der Kameramörder 2011 Schicksalsjahre 2011 Wintertochter 2011 Mein bester Feind 2011 Vier Tage im Mai 2012 Blutadler 2012 Invasion 2012 Russisch Roulette Fernsehen 2002 Verlorenes Land 2004 Tatort 6 zum Essen 2012 Tatort Todesbilder 2013 Tatort Unvergessen 2013 Unterfeinden ZDF 2014 Bis zum Ende der Welt 2014 Mordkommission Istanbul Folge Die zweite Spur Seit 2015 Frühling 2015 2016 2016 2016 100 Mal Frühling Viele weitere Auftritte in deutschsprachigen Krimiserien wie ZB Ein Fall für zwei Soko Wien Bella Block und schnell ermittelt und schnell ermittelt